Was geht ab, Leute? Ihr seht ja schon, wir sind draußen hier vorne an dieser Resi draußen. Und ihr wisst ja, ich bin gar kein Fan davon. Also, ich komme damit irgendwie nicht richtig klar, aber ich werde es heute nochmal versuchen, die so richtig zu springen. Keine Ahnung, ob das was wird, aber ich werde mich rantasten. Geht mein Bestes, weil ich bin auch diese neuen Absprung, bin ich vielleicht nur fünfmal gefahren, seitdem das irgendwie gebaut wurde. Das haben wir neu gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr mal gerne abchecken. Aber dieses Ding bei dem Wind heute, das wird sehr kritisch, aber ich schaue einfach mal, was geht und gucke einfach mal, wie es funktioniert. Ach ja, übrigens Leute, ihr könnt auch gerne mal, den ersten Link in der Videobeschreibung, einfach mal die Armbänder abchecken. Ich habe jetzt noch eine Armbänder gedroppt. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig stabil. Feier ich mega doll, also könnt ihr euch gerne mal anchecken. Aber ihr geht erstmal jetzt nach oben, da oben hin und dann gucken wir einfach mal, wie die Rampe ist. Wir fahren uns erstmal ein bisschen ein, gucken, was für Dinger wir da raushauen können. Deswegen jetzt erstmal wunderschön diese Treppe hoch. Jedes Mal, das wird ätzend. Aber ich gehe einfach hoch, zeige euch mal den View von oben. Also, damit ihr Bescheid wisst, so sieht es von hier aus. Und es ist relativ windig heute, deswegen wird es ein bisschen kritisch, wenn man rüber springt, dass man nicht nach rechts oder nach links fliegt. Ich gucke erstmal, wie es natürlich ist, wieder die zu fahren und dann fahren wir uns natürlich ein, gucken einfach mal. Und mein Roller ist natürlich auch ein bisschen lose, das ist nicht geil. Drop-Test ist nicht so wild, aber ist egal. Wir versuchen es trotzdem. Keine Ausreden, einfach durchziehen. Ich fahre einfach erstmal rüber. Boah, ich bin ewig hier nicht mehr runtergefahren. Ist das merkwürdig, ey. Alter, ich habe vergessen, dass man so einen krassen Pop hat, ne. Das ist so übertrieben. Wir haben jetzt auch die Resi-Plane neu. Die haben wir neu gemacht, vor einer Woche oder so. Das heißt, man hat jetzt gar keine Löcher mehr und das ist entspannter. Also, als er springt, geht. Ich würde sagen, wir versuchen mal, direkt einfach mal ein Kickliss rüber. Vielleicht können wir danach mal so andere Links machen, Finger Kickliss oder so. Oder sowas. Das wäre natürlich auch chillig. Krass. Aber wir fahren uns natürlich doch ein bisschen ein. Kickliss-Revide machen wir als erstes. Das ist auch das erste, was ich jetzt gerade fahre, deswegen blamelt jetzt nicht. Das wird echt geil. Kickliss-Revide. Oh, jetzt haben wir uns die ganze Resi für uns alleine. Gut. Kickliss-Revide über die Box. Das wird räulig. Aber egal. Weil man halt so einen krassen Pop, das ist nicht normal. Gut. Versuchen wir mal ein Kickliss. Die schoner sind safe. Hoffentlich zumindest. Naja, mal schauen, ob das klappt. Ja, also, man muss sagen, man hat wirklich viel Airtime. Aber es fühlt sich bei mir immer noch so komplett unkontrolliert an, wenn ich rüberfahre. Aber man kann krasse Tricks machen. Ich habe einmal den heftigsten Trick, den ich da gemacht habe, und gefühlt auch den einzigsten Trick, war ein Triple Kickliss rüber. Aber, ey, das ist auch echt gruselig, ne? Wie gesagt, ich habe da gefühlt kaum Kontrolle. Wir können jetzt mal andere Sachen versuchen. Ich weiß nicht, was man machen kann. Vielleicht sowas wie entweder Finger Kickliss oder vielleicht mal auch so ein Finger Whip und dann so ein Heel Finger Rewind und dann Heel Double Finger Rewinds. Irgendwie so. Das geht natürlich auch Double Overheads. Ich habe jetzt schon mal, vielleicht habt ihr das mitbekommen, so ein Kickliss Rye Wassergab versucht. So war One Foot fast gemacht. Deswegen geht das auf jeden Fall klar. Also Double Overheads gehen auch klar. Aber jetzt erst mal gucken, wie es funktioniert. Äh, was machen wir denn jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir machen tatsächlich mal einen Finger Kickliss, um zu gucken, wie das ist. Vielleicht geht der, vielleicht geht der nicht. Dann einfach mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass das First Riding wird. Ja, ei, ei, ei. Mein Helm ist komplett nach hinten gehört. Boah, also der geht. Ich muss mich wie gesagt dran gewöhnen und dann kann ich auch ein paar andere Tricks noch übermachen. Finger Kickliss machen wir aber auf jeden Fall als nächstes, weil der hat sich ganz gut angefühlt und der war diesmal nicht unkontrolliert. Deswegen einfach mal schauen, wie der wird. Nächster Schweig, hoffentlich wird er. Wenn nicht, dann ist es so. Oh ja, auch sehr schwerer Trick. Anläs, Whip Kickliss oder so. Mein Knöchel, kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr euch den Knöchel knacken wollt, aber es geht nicht. Genau das habe ich gerade. Gut, Finger Kickliss. Ich hoffe, der wird jetzt auf den zweiten. Das wäre cool. Danach können wir mal andere Sachen machen, wie, ich weiß nicht, sowas wie Whip Rewind, Rewind, Rewind Kickliss oder so. Ich weiß es nicht. Aber erst mal den Finger Kickliss. Den müssen wir erst mal stehen. Vor allem das Ding ist, ich habe da gefühlt noch so viel Platz, da könnte ja noch easy ein Bars mit hin. Ich habe die Rampe total unterschätzt. Das ist auf jeden Fall sehr wild. Gut, Finger Kickliss haben wir. Die ganzen Kickliss-Tricks haben wir schon mal. Was können wir denn noch machen? Ich habe auch schon mal überlegt, weil Brideflip irgendwie zu landen, ist nicht so geil. Deswegen habe ich überlegt, sehr knapp. Vielleicht ein Brideflip. an Kickliss-Kickliss zu machen. Das wäre sehr, sehr krass. Oder, ihr wisst ja, ich kann ja so geil Kickliss-Kickliss, ja, anlis-anlis. Und da will ich unbedingt mal so ein Triple-anlis mal versuchen. Den könnte ich auch mal versuchen. Aber jetzt erst mal vielleicht, vielleicht versuche ich den einfach mal so ein Bride-anlis-Kickliss. Weiß ich ja nicht. Aber ich meine, ist ja auch egal. Ich kann es einfach mal versuchen. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Vielleicht wird es, dann habe ich ja Glück. Und diese Planehändnisse ein bisschen ein Ding. Kein Bock da, irgendwie Kickliss hängen zu bleiben. Aber egal, guck mal. Ja gut. Also dafür muss man auf jeden Fall mies kacheln. Erdheim brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber es würde gehen. Ich meine, hier habe ich das erste Mal versucht. Man darf sich nicht beschweren. Das geht klar. Vielleicht sollte ich noch einmal versuchen und dann gucken, ob das wirklich was wird. Wenn nicht, mache ich irgendwas anderes. Wie gesagt, ich überlege mir vielleicht was anderes. Man könnte vielleicht wirklich so Ankickliss-Tricks machen oder das wäre auch krass, so ein Oppo-Kickliss, Bright Kickliss. Das wäre heftig. Oder einfach allein so ein Oppo-Bright Kickliss, das wäre auch geil. Das sind natürlich auch oder sowas wie Triple Fingerhub. Bei Late Bars, über die Rampe, die fühle ich überhaupt gar nichts. Deswegen sowas wie, habe ich gar nicht gemacht, ob wir ein Kickliss-Bar oder so. Ne, da habe ich echt keinen Absorb. Das wäre auch so ein geiler Trick, den man machen kann. Vielleicht überlege ich wirklich jetzt nochmal vielleicht einfach einen Bright Butter zu ziehen. Ob das vielleicht geht. Weil Kick ist Bright Butter gegenüber. Aber ich finde, wenn man direkt den Bright zieht aus der Quarter, weiß nicht, ob das geiler ist oder nicht. Ich kann ja mal versuchen. Ich möchte auch natürlich auch Save-Tricks rüberstehen. Oh ja, nein. Das ist das Ding immer, wenn du direkt aus der Quarter direkt einen Bright machen willst. Man hat gefühlt einfach gar keine Kontrolle. Entweder macht man zu viel Bright Flip oder man macht zu wenig. Und das ist das Problem. Aber ich will Ihnen noch einen Versuch geben. Ich will auf jeden Fall diese Rotation hinbekommen, sag ich mal. Und vielleicht ist er sogar möglich. Wenn nicht, machen wir was anderes. Können wir nochmal schauen. Aber ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was das Trick ist. Einfach mal gucken, wer so die krassesten Tricks drauf hat. Aber jetzt mal wirklich auf Real, nicht auf irgendwie, ja, hier, ich habe den schon mal One-Foot gemacht oder so oder fast geschafft. So wie ich diesen Kick ist Bright Water. Den habe ich wirklich nur so gemacht. Deswegen zählt er auf jeden Fall nicht. Deswegen schreibt es auf jeden Fall rein. Aber jetzt nochmal den Versuch vom Bright Water. Vielleicht wird das ja was, vielleicht auch nicht. Hoffentlich wird er jetzt nicht so eklig. Okay, das ist das Ding. Bei mir ist es so, wenn ich so, egal was für Double Overheads ich mache, beziehungsweise ein Bright Flip anfängt, ist es so, dass ich den Bright Flip so was von hinter mir ziehe, dass er halt immer von hinten lang kommt. Deswegen habe ich auch diesen Bright Water Lady Rooker gemacht. Das war ein bisschen nervig. deswegen ist es echt schwer. Kickless Bright Water ist dann eher so vor mir, weil der Kickless Bright vor mir dann ist. Deswegen ist der, glaube ich, einfacher für mich. Boah, knapp, knapp, knapp. Wir können jetzt mal Triple Finger versuchen. Wenn es gut klappt, vielleicht Quad Finger oder so. Oder, die habe ich auch schon oft gemacht, Whip Finger Rewind Finger Kickless. Der ist auch heftig. Jetzt erstmal gucken, wegen Triple Finger. Und dann vielleicht Whip Rewind Finger Rewind. Da ist ja auch Bock drauf. Irgendwelche so welche Tricks. Aber jetzt erstmal gucken, ob der geht. Ich hoffe, first try, ey. Ich könnte da sogar noch ein machen. Also, der sollte jetzt hoffentlich drin sein. Nächster Try. Triple Finger. Und danach gucken wir uns echt mal ran an. Gleich Quad Finger. Und dann mache ich den Whip Rewind Heel Finger Rewind. Das hört sich nach einem guten Plan an. Das Triple Finger Whip, den sollte ich jetzt auf dem Top-Licht stehen. Weil man hat so viel Air-Time, das ist echt geil. Also, für die Leute, die schon mal hier gefahren sind, ihr wisst, wie das ist. Außer, dass es jetzt so windig ist. Das ist nicht so nice. Okay, komm schon. Oh, nein. Na gut, vielleicht sind doch heute ehrlich alle guten Dinge sind drei. Das Ding ist echt mit der Sonne. Blendet ja, richtig. Crazy. Egal. Alle guten Dinge sind drei. Die sollten wir hoffentlich jetzt hinbekommen. Hoffe ich zumindest. Weil dieses Hoch und Runter immer diese Leiter, ey. Ist immer ein Akt. Egal. Komm, den nächsten versuche ich einfach zu stehen. Einfach drauf. Boah, da hätte sogar noch einer hingekonnt, ey. Krass. Der hat sich sehr gut angefühlt. So, jetzt machen wir mal einen Heel Finger Rewind. Wenn wir einen Heel Finger Rewind machen, dann versuchen wir Whip Rewind Finger Rewind. Ja, der ist dick. Aber ich denke mal, diese Finger Rewind sollte drin sein. Ich meine, ich habe mich schon aus einer Bank gemacht, deswegen, hier habe ich genug Airtime. Vielleicht mache ich sogar ein Double Whip am Ende. Ich will mich langsam echt an dieser Rampe, ist echt ganz cool. Macht auf jeden Fall mega Bock. Und dann gucken wir mal wegen Whip Finger Rewind. Ja, Whip Rewind Finger Rewind. Oh, nein. Oh, ja. Oh, das war nur mein Knie. Oh, Leute, wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, reißt die Kommentare. Aua. Ich muss ein bisschen chillen. Das war jetzt wirklich nur mein Knie. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ein paar Tricks drüber gemacht, keine krassen Banger oder so. Wenn ihr auf jeden Fall einen zweiten Part sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, hier über diese Rezi. Ich finde die mega geil. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt auch einen geilen Tag und Peace Leute.